Hallo Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid bei unserem täglichen Booster-Oppening. Und wir wollen auch ohne Umschweiche gleich mal loslegen. Ja, ihr könnt mir ja gerne mal schreiben, wie ihr das Format so bisher findet. Also auf YouTube habe ich das bisher noch nicht gefunden, dass jemand wirklich jeden Tag immer nur einen Booster öffnet. Von daher schreibt mir ruhig mal ein bisschen Feedback, das ist immer gern gesehen. So, wir haben Fremdwelt, Antorizia, rechte Remotiven, Kathedrale von Armala, Das Ende der Freundschaft, Blauer Fantasie-Held, Schneewittchen, leidenschaftliche Valkyra, Magnas Engel, Engelwind-Zauberstein, 500 Lebenspunkte, Fauretia, tugendhafte Vampirin, einer Super-Ranger, und unsere Holo-Karte ist wie immer eine normale, Marjana, leise Dienerin. Also in diesem Set hat mich bisher echt das Pet verfolgt. Wie gesagt, noch keine einzige Super-Rare in Holo. Aber nein, vielleicht beim nächsten. Vielen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe euch hat's wieder gefallen und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao! Oh? Untertitelung des ZDF, 2020